Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Overwatch Wir sind wieder auf Nummer, ne wie gestern Soll ich sagen, ich bin meinem Team der Beste, denke ich mal weil die Durchschnittsraum bei uns ist 1990, so was Und bei den Gegnern ist sie um 100 höher als bei uns, also Ja, das ist WhatsApp Web Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal hören Ich hab's vergessen zu schließen Ja, gibt's, ne Ich bin ja kein professioneller Let's Player, also kann ich mir das leisten Jawoll Ähm, ja, sehr viel Abwechslung in meinem Let's, in meinen, ähm, Overwatch Let's Plays Angreifer in 30 Sekunden erwartet Wenn ich mit dir so rumsehe, wird mir schlecht Wir brauchen zum Beispiel keinen Hanse We don't need Hanse Zwei Eins Oh, das ist, das ist in der Base The fuck Ja You're an idiot Die haben jetzt Punkt A wahrscheinlich schon verloren Oh Gott ey Warum sind die, die Leute so blöd Ja Ja, wir haben grad das Spiel verloren wegen ihr, du Verdammter Kacknoob Na klar haben wir das Spiel verloren Ich verarschen Wirst du mich verarschen Ja, wir haben einen Heiler an Eine fucking Farah, man Warum? Warum spielt man defensiv Farah? Auf Numbani Ich, ich weiß nicht Ich, ich, ich meine Ich werde jetzt wahrscheinlich das ganze Spiel ragen Aber es ist mir egal Weil Das sind wirklich verdammte Kacknoobs Ich hab ne Goldmedaille mit einem Kill Are you fucking serious? Oh Gott ey Das wird, obwohl keiner leben wird Wahrscheinlich wird das eine Sehr, sehr kurze Partie Denk ich jetzt mal Ich spiel nicht mehr nach den Regeln Leck mich Come on Roadhog Da ist er weg Auf die Fracht drauf Ja, mach wenigstens einmal was kluges Farah Und töte ihn Die ultimative Fähigkeit ist bereit Oh, was Probierst denn du? Was ist das für eine Range? Was ist das für eine Range? What the bloody hell GG Ja, komm schon Also das hat keinen Wert Das Das bringt nix Das ist dumm Dumm, 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 dumm Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll überhaupt Wie kann man so schlecht sein? Ich meine, ich spiele auch nicht gut Aber ich bin immer noch der Beste im Team Ach, du heilige Scheiße, du Ja, so müsste es eigentlich sein Warum nicht von Anfang an? God, ey Du musst jetzt doch den Reap auspacken, oder was? God, ey For fuck's sake Gibt's doch nicht, ey Ich brauch nen Kaugummi Ach, er ist nicht auf Kaugummi während Overwatch Das beruhigt Also mich auf jeden Fall So Sorry für die Geräusche Mh, das ist gut Was ist das? Splash Strawberry Lime Flavor Sugar Free Mh 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 Das gefällt, Daddy Das gefällt, Daddy So, über was reden wir? Über die Noobs in meinem Team Du bist ein Noob Du bist ein Noob Du bist auch ein Noob Und du auch Du sowieso Ja Und der Grösste von allem Das bist du Das bist du Das bist du Du bist ein Noob Du hast uns nämlich Zielpunkt A verloren Alleine Weil er einfach mal Wenn es Wo das Spiel begonnen hat In die Base zurückging Und reinat nahm Statt auf Hanso zu bleiben Und wenigstens zu deffen Du Kleines, kleines Arschloch Du Du bist ein kleines, kleines Arschloch Kommt schon, Leute Oh Gott Oh Gott Das ist ein Gemetzel Ei Und tschüss Ei 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 Gar nichts Und du Zieh ab Leck mich Warum haben wir alle auf mich Kommt schon, Leute Mehr als aufräumen kann ich nicht Ist sie tot? So, geht doch Jo Junge Ei 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 Du Gib mir das Das ist besser Heilige Scheiße, du Komm nochmal Danke Ojojojojoo Blöder Wagen, du Oh Gott Oh Das ist mir getan, du Was ist mein Team? Wo ist mein Team? Das kann doch nicht wahr sein, Leute Wo seid ihr denn? Ich halte drei Gegner Fest sozusagen Und was macht ihr? Und was macht ihr? Verreckt trotzdem Ja, ein Winston wird uns jetzt auch nicht weiterhelfen So was hilft uns weiterhelfen So was hilft uns weiterhelfen? Heilige Scheiße Heilige Scheiße Ja, das war doch mal was Das war doch mal was Mal gucken Das ist eine schlechte Idee Das war ganz schlecht Ich bin weg Ich bin weg Und ich bin wieder weg Und sie auch Und sie auch Wagatek Yokorai Ja, leck mich fette Come on, guys Ich hab 16 Kills gemacht in dieser Hole, oder wat? Nee Ja, aber bald ist sie vorbei Wenn die so weitermachen Dann wird das eine kurze Sache Hey, ich hab einen erwischt Ich geh mal nach oben Für meine Holt Ich bin da Ihr springt Europe Jawoll Jawoll Oh Gott Oh Gott Nein, 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 nein. Really. Drei Meter. Drei verfickte Meter. Ah, jetzt werden es natürlich wieder mehr. Los, Winston, los. Gar nichts, wer die Jumaui-Deck. Mach mal was, verdammte Scheiße, du. Noch eine Ult mehr, das wäre natürlich ein bisschen, das wäre Dufte. Oh ne, komm schon, wo ist er? Komm schon. Was machst du, Reinhardt, Mann? Machst du sie noch alle? Okay. Geschmolzerkern, fick deine Mutter. Kommt her und lasst euch stabilisieren. Verdammte Idioten, Mann. Ah, GG. Ja, das war's. Hanso allein hat uns auch sogar weggesetzt. Ja, das sind Idioten. Was sind die Idioten? Ganz klar. Klarer Fall von Idioten. Na, ich sag jetzt nichts mehr. Ich sag nichts dazu. Ich sag gar nichts dazu. Ich bin einfach nur mad. Das war mein erstes Spiel heute. Und das war gleichzeitig mein letztes. Oh ja. Ah, sowas muss ich mir nicht bieten. Naja, so dass ich mich als so guter Spieler mit solchen Idioten wieder mal rumschlagen muss. Ja. Ich hab'n vierfach Kill gemacht. Sie zwar auch, aber... Ah, ich will gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen. Ich will nur wissen. 2023. Bin wieder runter. Naja, gut. Ähm, einen schönen Abend, wünsche ich noch. Bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.